okay let's go was nehmen wir wo ich sehe uns actually holy shit das ist doch absolut strong oder wir aktivieren in die cult und unten dann anschließend selber so nicht mein freund so nicht das problem ist er wird immer mit seiner auto first strike kommen können bevor ich meine q auf ihn hat und dann kämpf ist das nicht wieder wer wird bald kein mal mehr haben das heißt er muss backen ok ok quinn weiß ich jetzt auch nicht ok ok nehmen wir naja ist ja nicht denkst du ja nicht korki ne? komm mach Jindult an loppen so macht man das nämlich nein 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 das kann nicht sein Digga er ist wieder weg geflasht wieso kam meine q nicht raus holy shit ja alter vater bitte schmeiß mir noch ein paar mal ab bitte nochmal Junge was ist das denn für ne range für ne dumme ok mal gucken ob ich da unten irgendwas machen kann bis zur Hölle ok Rammus ich bin gleich da Bro weg mit dir weg mit dir oh mein Gott Tega wie groß Rammus jetzt schon ist holy shit oh mein fucking gott what the fuck wieso kommt der bei j- oh mein gott das ist ja soo gut wait what die peter runter wir nehmen den Quadra den indirekten und damit haben wir irgendwie die KDA gerettet holy shit ich hab einfach indirekten Quadra die Combo ist ja so broken dumm ok da ist ja einfach die selber schon in Dengsult gegangen quasi Xult wollen eigentlich noch nicht fighten ohne Yasuo oh mein gott oh mein gott ist das dumm ah ich bin zwar gestorben aber es ist so scheißegal es ist so egal Digga wir haben sie so demolished was ist das für ne Combo diese Combo what the fuck man Digga der macht dich so fertig soo dumm was ist so dumm was da passiert hm hm er macht aber wieder die Q an und fährt hinterher hm 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 die killten halt auch noch na das geht Nunu Fazebra geht egal yeah double clean haben sie wieder geacet yo ok au was ist das für ne Frechheit wollen wir überhaupt finishen ha wir haben gefinished he he huh ja natürlich das könnte witzig werden Sera wir nehmen Sera da f ne n n n n mell fall was passiert da unten heiß mein fucking gott oh mein gott schlecht ja die könnte ich mir eigentlich holen jetzt oh no oh no okay bro chill oh pain ich sollte vielleicht nicht die ganze tower shots senken ach wo kommt er her ja dieser blitzkrieg ist überall holy shit ach der hat quinn ult mein gott digga aaaaaaah schwanz oh mein fucking gott die hab ich das noch geholt oh die shit und ich hab auf einmal 3000 gold alle bähne hi 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 ah hi mal schauen ich glaube ich vielleicht gleich mitspielen oder ja klar deswegen bin ich hier rein weil ich wollte eigentlich nicht alleine ich wollte eigentlich ein game spielen das jetzt vor sieben minuten live gehen sollte aber ist es irgendwie noch nicht mein gott was passiert hier Hilfe oh baby triple kill ah 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 holy shit ich hatte als ich male fight gespielt habe einfach fucking ähm mein gott warte ich habe erneut ein double gemacht fast ein triple weil ich wieder 50 leute gefühlt gesleept habe wer hat denn noch die lütterer holy shit die dame Oh nö, nö Oh, dass ich mich hier reinspiel. Der Melfight, wie geil. Oh, wir haben noch eine Samira, hab ich gar nicht mitbekommen. Nö. Es ist so eine Fiesta. Holy shit. Naja. Digga, geh mal weg von meinem Sillion, du Affe. Ach, es war ein Karsix, war gar nicht der Sillion. Blind. Nice. Ich glaube, ich nehme Victor Ult. Dann bleiben die schön stehen, weil ich kann nicht slowen oder so. Weil Camille kein Bock, Saya kein Bock, Ezreal, nee, nee, nee. Ich nehme Victor. Die hat Soraka-Ult, da hab ich ja schon wieder gar keinen Bock drauf. Oh, ich bin gleichzeitig mit ihr geflasht und deswegen hab... Kann ich sie killen, maybe? What? Alter, dieses Soraka-Yeling. Holy shit. Soraka-Ult hat sich jetzt schon zum zweiten Mal gesaved. Hilfe, Shaco. Oh, let's go. He's for real that ring geblieben. Ja, nutz halt keine Soraka-Ult, ist auch okay, Bro. Holy shit, aber die hat schon wieder so lange überlebt. Okay, Digga, was passiert da? Oh, holy shit. Mit seinem Hourglass. Er, er lebt, wie lebt er noch, Digga? Ja, er hat K-Lolt, Alter, ich glaub auch. Nice, schönes Ding. Guck mal, sag ich ja, wir machen das. Wie hab ich den überhaupt bekommen, gerade? Ich weiß es nicht. Ah, B-Passive, B-Passive. Egal, nehmen wir. Fettes Shutdown. Oh, ich kann nicht shielden, maybe. Was ist mit dem Typen? Sag mal, Blut wegge... Äh, richtig, ich kann nicht reden. Okay, ich soll vielleicht nicht backen, wenn hier gerade miese Fiesta ist. Oh, ich kam da nicht raus. Das ist so schlimm. Okay, wichtig. Alter, ich mach dem voll fetten Damage. Holy shit. Actually, könnte ich mal auf Full-AP gehen. Scheiß mal auf Tank und so. Ich geh full-AP. Akali und so kommen auch noch. Okay. Hallo, Ash-Pfeil. Oh, eben vorbeifliegen. Holy shit. Oh, Akali. Ja, was kneeling, hä? Kann ich hier noch shielden? Actually. Echt, das ist denn der Richtige? Äh, hier, oder? Ja. Und die Shit. Chill deine Nuts. Nein, 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 nein. Der Komet, der Komet, der Komet. Was, ich hab mein UL komplett Zwischenweide geschmissen. Was ist das, du Affe? Nice. Ja, ne? Stabil, Digga. Okay, Malfall. Bam. Komet wieder hier. Oh, lol. Ey, vollidio. Wie hab ich das Shutdown gecrackt? Als ob die W so viel Damage gemacht hat. 34 Minuten mit Karma-Ingame, machst du mal einen Stream an, dann kann ich das Ganze mal beurteilen. Ja. Oh, fuck. Alles gut. Yeah! Mhm. Oh, so! Ich bin tot, ich bin tot. Ich bin tot. Nee. No! Ja, hab ich dich aber ganz schön unterschätzt. Ja, wer pittet jetzt dieses scheiß Game-Code? Niemals den großen Bun, yo. Ja, ich spiel mit Facerush. Ja, halber! Was macht der Nail-Fight? Der Hush-Support. Digga, sowas. Das ist ja irgendwie schlecht, what the fuck. Aber naja, ihr kriegt die kommen. Okay, over. Yes. Fuck this. Der ekelhafteste Gamer der Welten in einem Team. Ah. Nice, nice, nice. Tschüss. Vielen Dank.